Wer ruft denn da so laut? Und wer weiß denn auch schon, wo die Tür ist? Hast du hier schon vorne gesehen? Oh ja, Dippyleit. So einen guten Morgen Dippihunger hast du? Ja? Na dann pass mal auf. Dann geht es hier gleich los. Irgendwie jedenfalls war das. Ich muss schnell sortieren. Da ist hungrige Dippie. Jawohl. Und halb fest. Oh Gott, hallo. Heute ist der Megatart oder wie? Ja. Bist du gleich nausi? Ja, komm her. Zack. Oh, den hast du gar nicht gekriegt. Warte. Hier, nächster. Super. Und der nächste. Zack. Prima. Du gehst ja heute hier los. Süß, prima. So, irgendeiner ist runtergefallen? Ne, suche ich dir gleich. Hast du heute gut ausgeschlafen? Ja? Ja, 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 ja. Du kannst dich schon richtig halten in der Luft. Oh, super. Dippilein. Oh, prima. Klasse. Wolltest du jetzt gleich wieder reinfatter machen? Ja? Zacki, zacki. Wolltest du wieder da? Ja, wolltest du. Habe ich doch gesehen. Leutchen, hm? Was sagt ihr denn dazu? Sie haben mich auch ganz aufgeregt, ja? Das kleine wilde Dippie-Kind. So, erster Hunger, ist sie stillt? Okay, prima. Dann kann ich jetzt meinen ersten Schluck Kaffee erstmal trinken, ja? Dipp, Dipp. Auch alles schick bei dir? Wo bist du denn? Ah, da hinten. Ja, prima, prima. Vermses leks Dat proben aus. interactions. Wenn du Nein.